Hallo? Wer ist da? Wer ich bin? Das tut nicht zur Sache. Die Hauptsache ist, dass ich weiß, wer Sie sind. Was wollen Sie? Oh, was ich will ist im Grunde ganz einfach. Sie werden jetzt in das Arbeitszimmer Ihres Mannes gehen. Dort finden Sie einen grün-grauen Rucksack. Sie nehmen diesen Rucksack und verlassen Ihre Wohnung. Sie wenden sich nach rechts und bringen den Rucksack zu der U-Bahn-Station an der 5. Warum sollte ich das tun? Nun, vielleicht deshalb, weil Ihr Mann ansonsten, wenn Sie sich weigern sollten, nur noch wenige Minuten zu leben hat. Sie blöffen. So, das glauben Sie also. Hm, vielleicht macht das hier mein Anliegen etwas deutlicher. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Michael? Ganz ruhig. Ich werde hilfreich. Ich lasse mich nicht im Stich. Oh, ich bin mir ganz sicher, dass Sie ihn nicht im Stich lassen und sterben lassen werden. Darauf bohe ich sogar. Und genau deshalb werden Sie jetzt den Aktenkoffer nehmen und zur Cannon Street gehen. Sollte ich in 20 Minuten jemandem den Koffer entgegennehmen. Und noch was. Sollten Sie versuchen, mich zu bescheißen. Dann ist der mein Augenblick nicht tot. Und noch was. Das ist das P Теперь. Das ist das Passe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.